Musik Wir haben eine sehr gute Wasserbilanz, wir haben eine sehr gute CO2-Bilanz und dadurch, dass wir das im urban Raum machen, haben wir keine Transportwege, keine Kühlketten und haben super frische Produkte für den Endverbraucher. Im Detail funktioniert die nachhaltige Landwirtschaft mitten in der Metropole so. Regenwasser wird in Zisternen gesammelt und für die Fischzucht wiederverwertet. In 13 Becken ziehen sogenannte Tilapien ihre Runden. Der afrikanische Bundbarsch ist ein besonders effizienter Essensverwerter. 1,2 Kilo Fischfutter ergeben ein Kilo Fischfleisch. Das ist deutlich mehr als bei der Rinderzucht. Der Clou, die Ausscheidungen der Fische liefern den Dünger, den das Gemüse nebenan zum Wachsen braucht. Wir benutzen Bio-Futter, die Fische essen das, produzieren Ausscheidungen, flüssige und feste. Die festen Ausscheidungen werden ausgefiltert aus dem System, die gehen in die Kanalisation. Die flüssigen Ausscheidungen, das ist Ammonium, das wird in einem Biofilter umgewandelt durch Mikroorganismen in Nitrat. Und dieses Nitrat ist das, was wir brauchen für die Pflanzen. Und das wird dann unterirdisch in die Gewächshäuser geleitet, zu den sogenannten Catch-Tanks. Und von dort geht der Kreislauf weiter. Im Hauptgewächshaus nebenan herrschen fast tropische Temperaturen. Hier gedeihen Auberginen, Chilis und Tomaten. Fast 70 Prozent seiner Nährstoffe bekommt das Gemüse durch den biologischen Dünger aus der Fischzucht. Das angereicherte Wasser wird zunächst in Tanks zwischengespeichert und anschließend zu den Pflanzen weitergeleitet. In diesem Fall haben wir eine Tröpfchenbewässerung, das heißt die Pflanzen stehen hier auf Steinwolle. Jede Pflanze wird einzeln angesteuert mit der Nährstofflösung. Das kann man hier ganz gut sehen. Ich ziehe mal einen raus. Das ist sozusagen die Tröpfchenbewässerung. Und in Zeitabständen, je nachdem wie trocken die Pflanzen sind, wird das dann automatisch bewässert. Voraussetzung für den visionären Gemüseanbau ist eine ausgeklügelte Technik. Denn Aquaponik bedeutet auch Überwachung rund um die Uhr. Ein Computer misst den Sauerstoffgehalt des Wassers. Per Wetterstation wird das Klima im Gewächshaus reguliert. Steuerbar sogar per Handy von zu Hause aus dem Bett heraus. Da gibt es verschiedene Apps. Ich kann jetzt einfach mal auf mein Handy gehen, bin jetzt auf dem Aquaculture-Computer und kann dann dort schauen, wenn jetzt ein Alarm wäre, was ist dieser Alarm und kann ihn resetten. Wenn es kein wichtiger Alarm ist, gehe ich mich wieder aufs Ohr legen. Und wenn es ein wichtiger Alarm ist, dann muss man herfahren und reagieren. Den Notfall gab es schon? Fehlalarme gab es schon. Aber den Notfall noch nicht, nein. Langfristig soll das Konzept des Berliner Start-ups mehr sein als eine trendige Idee für Hippo-Großstädter. Leschkes Ziel ist es, die Aquaponik-Anlage weltweit zu vermarkten. Ein Supermarktkonzern aus der Schweiz hat bereits Interesse gezeigt. Unser Geschäftsmodell ist zum einen die Planung und Bau von diesen großen Farm-Systemen. Und die Farm, in der wir jetzt stehen, das ist unsere Referenz-Farm, die an sich natürlich sich decken sollte von den Kosten. Und wir vertreiben die Produkte, die wir hier produzieren, direkt an die Städter, den bewusst lebenden Städter, der Spaß an gesunden, nachhaltig erzeugten Lebensmitteln hat. 30 Tonnen Fisch sowie 25 Tonnen Kräuter und Gemüse wollen die Stadtfarmer jährlich in Berlin produzieren. 30 Tonnen Fisch 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 Untertitelung des ZDF, 2020